Was sollen die sehnsuchtsvollen Liam-Blicke? Ich dachte, es wäre aus. Oh! Sonntag. Sorgt Carmas Geburtstag. Es steht eine Macht zwischen dir und deiner Liebe. Für einige Turbulenzen. Ich konnte nicht mit Liam zusammen sein und mit dir befreundet bleiben, also habe ich dich gewählt. Wie war das bitte? Du hast es gewusst? Ja, die Wahrheit kommt raus. Also, alles wie gehabt bei Faking It. Sonntag, 21.30 Uhr bei Nick Knight. The night is out. Nick Knight. Hey Lulu, fertig fürs Meeting? Welches Meeting? Das Königlichen Ordens des Vorletzclubs. Es ist einmal im Monat in Hibberts Büro. Ich bin aber kein...